Wenn du am Morgen wach wirst, gibt es eine ganz simple, einfache Routine, wenn du wenig Zeit hast, aber trotzdem einen guten Impuls für deine Energie, deine Tagesenergie setzen möchtest. Stell dir einfach vor, du wirst wach, du liegst noch im Bett, du streckst dich vielleicht das erste Mal und dann gewöhne dir doch mal an, dir die Frage zu stellen, wie fühle ich mich? Frag deinen Körper, frag dein Herz, frag dein ganzes Sein, wie du dich fühlst. Und dann nimmst du vielleicht wahr, dass du eine Unlust hast aufzustehen, dass du Bauchschmerzen bekommst, wenn du an den Tag denkst, der vor dir liegt. Vielleicht nimmst du aber auch wahr, dass es dir richtig gut geht und du dich freust, weil die Vögel draußen zwitschern und die Sonne scheint. Egal, ob es negativ oder positiv ist, nimm es einmal kurz auf, um auf dem Weg vom Bett zum Badezimmer, auf deiner Brust oder an der Handkante zu klopfen und zu sagen, ich liebe und ich akzeptiere mich voll und ganz mit diesem Gefühl von Freude auf den Tag oder aber auch Unlust, diesem Tag zu begegnen, weil da so viel Blödes auf mich wartet und ich bin okay. Und auch wenn ich noch keine Idee habe, wie ich das alles an diesem Tag schaffen soll, erlaube ich mir jetzt die Liebe, die Leichtigkeit und die Freude, diesen Tag zu erleben. Ich bin gespannt, was er alles für mich bereithält. Dann atmest du tief durch, denn ich denke, so weit ist dein Weg zum Badezimmer nicht, als dass ich dir jetzt so viele Sätze an die Hand geben könnte. Aber du atmest tief durch, lässt einfach nochmal das Gesagte in deinem Körper arbeiten und während du vielleicht unter der Dusche stehst oder am Waschbecken, merkst du vielleicht, wie in deinem Körper Reaktionen aufgetreten sind. Vielleicht gibt es eine enge hier oder da. Dann kannst du einfach nochmal kurz nachklopfen und einfach nur diese Enge oder den Druck benennen und wieder tief durchatmen, während du dich abschrubbelst oder in deine Klamotten springst. Und auf diese Weise setzt du einen Impuls für den Tag, einen Energieimpuls, der dein ganzes Energiesystem nach oben hebt. Selbst dann oder gerade dann, wenn du etwas ansprichst, was eher als unangenehmes Gefühl ist. Und im Idealfall gehst du aus der Haustüre heraus mit einer deutlich höheren Schwingung, mit einem deutlich höheren Potenzial an Energie, als du es tun würdest, wenn du einfach in diesem Gefühl bleiben würdest, oh, ich glaube, heute ist echt ein blöder Tag. Ich würde am liebsten mich wieder ins Bett legen und weiterschlafen. Wenn du dir diese Routine angebührst, wirst du merken, nach sieben bis zehn Tagen wirst du jeden Morgen schon mit deutlich mehr Freude wach, mit deutlich mehr Lebendigkeit, als wenn du es sein lässt. Du kannst ja mal den Gegencheck machen, zehn Tage mitklopfen, zehn Tage ohne klopfen, aber dann bitte notiere dir einmal am Ende des Tages, wie dein Tag gelaufen ist, damit du auch die Veränderung wirklich möglichst objektiv aus deinen Augen bewerten kannst. Ich wünsche dir viel Freude und wähle natürlich die Worte und die Gedanken, auch beim Klopfen die positiv Stimulierenden, die deine sind. Ich gebe dir hier immer nur eine Anregung. Und wenn du Lust hast, keine Anregung zur Klopfakupressur mehr zu verpassen, dann freue ich mich darüber und melde dich an unter tina-husemann.de für mein Newsletter, in dem ich immer regelmäßig Ideen und Anregungen mit dir teile, wie du die Klopfakupressur auf leichte Weise in deinen Alltag integrieren kannst. Und toll wäre es, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst oder mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir das Video gefallen hat, damit möglichst viele in Kontakt mit dieser Powerkraft von Klopfakupressur kommen, weil das ist meine Mission. Namaste, ich danke dir fürs Zusehen, deine Tina von tina-husemann.de.